Lebt ihr nicht einfach auch das Leben als Rüstungsständer hier in Apollo? Nämlich... Ja, ja Julian, das liebe ich. Und damit willkommen hier, sehr freie Minecraft Apollo. Und ja, ich habe hier ein Kino gebaut, ja? Leute, ich bin nicht dumm und... Komm, die packte komplett. Ja, ich habe hier ein Kino gebaut, ja? Das habe ich nämlich vorige Folge vergessen zum Zeigen. Und damit, wie gesagt, willkommen zu einfach Minecraft Apollo. Aber Leute, es ist einfach richtig cool, diese Treppen, die man hochgehen kann. Mit so Dings-Effekt. Ich glaube, das habe ich auch hier unten beim Casino. Und ja, aber ich finde es hier richtig cool. Ich habe einfach hier ein komplettes Kino. Und kann in meinem eigenen Video... In meinem eigenen Video selber schauen. Und ja, das habe ich dir... Ich wollte nämlich vorige Folge eigentlich noch zeigen. Aber heute ist Hobby-Frage-Resen, oh mein. So, ne, ich habe hier... Was war das gerade? Au! Goalie, nein. Böse, böse, böse. Was auch immer das gerade war. Oh nein, Goalie, böse. Nein, nein. Hast du etwa einen neuen Dings? Nein, Goalie. Nein, ich verbrenne noch. Goalie, sitz, Goalie, sitz, Goalie, sitz, Goalie, sitz, Goalie, sitz. Goalie, sitz. Das ist gar nicht gut. Äh, Goalie, nein. Ich habe fast keinen Schnitzel mehr. Goalie, alles gut. Kannst du an die ganzen... An die ganzen Tiere im... Äh, Tiere? Lol. Nein, Goalie, böse. Nein, Goalie, hör auf, hör auf, böse. Leute. Ich denke, Goalie wird immer intelligenter. Äh, Goalie, okay. Äh, nein, du machst dir noch alles kaputt. Äh, ja, du kannst alles nachher in der Mine austesten. Weil wir wollten ja eigentlich auch heute noch, äh, Dingschen bauen. Äh, also Dingschen bauen. Äh, in die, in die Mine gehen. Und relativ coole Sachen machen. Und, Leute, relativ coole Sachen machen. Äh, ihr kennt ja auch das Foto hier, ja. Also das, das Bild hier. Wo ein Zuschauer, äh, ich weiß nicht genau wie der heißt. Äh, mir so mit Ant-Man und mit so ein Dings zum Bild gemacht hat, ja. Äh, jetzt hat sich nämlich gedacht, äh, Silver Star. Oder ne, warte mal, wer war das? Es war, äh, wenn ich es hin, wenn ich es anschaue. Genau, äh, es war Silver Star. Ich habe geschrieben, acht Jahre Julien und seine Explosion im Hintergrund. Er hat mich getoppt. Und hat mich, hat einfach mein, äh, mein Gesicht auf, auf so ein Dr. Strange Dings, äh, Foto geschaut. Und das ist einfach, wirklich nicht. Leute, mein Discord wird immer, wird immer intelligenter, würde ich sagen, ja. Intelligenter? Nicht, ne, ne, nicht immer intelligenter, ja. Okay. Äh, so, ich habe nämlich auch so ein Laserpointer gecraftet. Jo, meh. So, und jetzt wollte ich eigentlich noch die ganzen Quests hier erledigen. Und, äh, so. Äh, so, äh, genau. Äh, genau. Zu dem, äh, sicheren und Haus mit Security Craft. Also ich habe es nicht wirklich noch secured, oder wie man sagt, noch nicht secured. Aber, ich habe, oh, Gold, Gold springt immer runter. Aber, ich habe hier, ähm, Geheimgänge gebaut, ja. Äh, zum einen habe ich den Geheimgang hier. Also, Leute, Leute, sagt das nicht Flo oder sagt das irgendwem. Und hier noch, äh, genau, hier noch, äh, Wullpixel ein, äh, äh, ein Fanatier gemacht. So, mit dem, mit dem, mit dem guten, mit dem Schiepie, wollte ich schon sagen. Mit dem, mit dem Schiepie, mit dem Goalie. Und, äh, ja. Jo, mei, mei. Ähm, so. Nämlich hier in der Bibliothek, ja. Äh, man kann ja hier hoch, ja. Es gibt tatsächlich eine Leitner. Man kann hier hoch. Und, Leute. Hier ist einfach eine Tür, wenn man, wenn man hinhört. Weiß nicht, ob man es hört. Hi, Goldie. Wenn ich hier die, ähm, Musik ein bisschen lauter drehe. Ist hier nur einfach eine Tür. Ja, äh, hier bin ich in der kleinen Tür mit dem Dings. Aber ich weiß nicht wirklich, mit so einem kleinen Geheimraum. Ich weiß nicht wirklich, was ich hier reinbauen soll. Aber, äh, ja, san. Ist so eine kleine Tür. Also, richtig cool. Ha. Jo, mei. So. Äh, wenn man jetzt auch noch, nachher noch runter geht. In meinen guten alten, ähm, Feindertraum. Warte mal. Ja, doch, das ist eh hier. Mit einem guten neuen Feindertraum, jo, mei. Hab, hab, äh, denke ich nämlich, hm, Julian, wo, äh, warum hast du hier so viel Blätter hingebaut? Ähm, und, Leute, wenn ihr es hier, äh, denkt, äh, wenn ihr denkt, äh, warum hat ihr so viel Blätter hingebaut? Ja, Leute, man kann hier rein. Und, Leute, wisst ihr wie? Oh nein, Leute. War da Dings, war da? Goldie? Eine Sekunde. Oh nein, wo war, wo? Irgendwo war hier. Nein. Böse Goldie. Goldie, Böse. Goldie, Böse. Warte, hier, irgendwo war eine, war eine Traptor. Warte mal. War hier eine Traptor. Leute, ich hab's gleich, ja. Äh, warte mal, ich muss hier, irgendwo drinnen sind Leitern. Äh, warte, ich denke, hier oben sind Traptoren. Ah, hier der Traptor? Ja, hier ist der Traptor, Leute. Ich hab hier ein bisschen mit, äh, Dings gearbeitet, so. Aber ich muss es hier ein bisschen so machen, dass es nicht auffällt hier. So. So, und, äh, so. Neh ich euch hier, ne, Traptor, jo, mei. Aber es fällt ja halt gar nicht auf, gell. Hier ist ein Traptor und hier hab ich so einen kleinen geheimen Raum, jo, mei. Aber sonst hab ich eigentlich auch keine geheimen Raum, aber es ist richtig cool, gell. Hätte nicht gedacht, gell, so. Goldi, komm raus. Brabes Goldi, so. Warte, wenn ich hier irgendwie zugehe. So, nice. Okay. Heute wollte ich nämlich doch schauen, dass ich vielleicht die komplette Folge mit Goldi hier, äh, verbringe. So. Äh, was hab ich hier nämlich noch für Questoridinos? Ich hab gesagt, ich hab doch irgendeine Quest ausgelassen. Äh, genau, äh, genau. Die Folge wollte ich nämlich doch eine Fishing Road machen. Und ja, Goldi, alles gut. Wir gehen gleich in die Mine, ja. Da kannst du gleich alles, äh, deine Kraft auslassen. Äh, wenn du weißt, was ich meine, jo, mei. So, äh, wo stell ich den Dings hin? Meinen, äh, Kaktus, nämlich, der mir irgendwer gechiselt hat, komischerweise. Und dann bin ich noch in Saphir für Folge. Den, 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 den Seifeier, jo, mei. So, äh, nämlich wollte ich hier jetzt noch schauen, äh, dass ich eine Angelcrafte, eine Angeloridino, äh, wo sind die Mobdrops, die Mobli-Mobdrops? Äh, bä 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 bä, Mobdrops, äh, hier, genau, so, ba bam, und so, dass ich die Crafte, ich hab's eigentlich schon gecraftet, ich glaub, ich hab die Quest einfach noch nicht abgeschlossen, wie sagt man. Jetzt hab ich's abgeschlossen. Ich hab die noch gehabt, also hab ich noch nicht Dings können. Und, Leute, ihr habt gesagt Also, ihr habt nicht gesagt, aber ihr habt geschrieben Äh, geschrieben auch nicht, aber ihr habt die Folge Äh, tausendmal geliked Also, vielleicht hast genau du auch die Folge geliked Ähm, äh, deswegen kommt Hier jetzt ein, äh, Unboxing hier Ich hab zwar nicht so viele Totems, naja, gut, ich hab Zehn Totems, also fast zehn Totems Die Fish-Case und relativ viele Cases hier Ähm, ich glaub, das mach ich am Ende der Folge Es bleibt unbedingt bis zum Ende der Folge hier dran Jo, mal, jetzt hab ich der Angel, äh Wo hab ich euch der andere Angel hingegeben? Die andere Angel Ähm, ich leg den mal hier rein Zu den anderen Sachen So, äh, nämlich, äh, wollte ich jetzt noch schauen Was kann ich noch für Quests machen Ähm, dicker, dicker Fisch Angeln in sehr seltenen Gegenstand Warte mal, geht das? Angeln in sehr seltenen Gegenstand Warte mal, warte mal Wir hatten ja, Dings Luck of the Sea oder so Äh, Luck of the Sea 3 haben wir Wir haben ja, ich glaub, einen Livestream haben wir das gekriegt Oder so Luck of the Sea So, hat mir zwar 6 Level gekostet Aber wir könnten mal hier Angeln Und, äh, während dem Angeln Wollte ich mal hier so fragen Äh, wo fahrt ihr Ski von hin? Ähm, äh, ich glaub, die Folge kommt am Mitzwoch Wenn ich mich täusche Was hat das? Luck? Hast du mir grad Glück gegeben? Bist du in Padawan? Äh, Fingerfish in addition of Oh, lol Du gibst mir einfach Lack, Leute, cool Ähm, Fingerfish in addition of the restoring Hanger heals up to Dingsman health Oh, lol, es heals sogar Leute, cool, okay Jetzt hab ich Glück Also, äh, der Jedi sei mit Der Jedi sei mit der Goldie Äh, genau Jetzt wollt ich mich noch ansprechen Wo fahrt ihr? Fahrt ihr? Weil, äh, die Woche Ich seh'n, ja Äh, du weißt das jetzt? Badlock Nein Nein, ich hab ein bisschen Lack Ganz böse Ich hab ein bisschen Lack, ja Hab schon wieder den Fisch Ich level das richtig, richtig schnell, gell Äh, ba 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 I, wann war I? Ja, genau I Äh, leveler Oder, wann war das grad? I Fischer Fisch, Fisch, Fisch Äh, ba 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 Wann das grad? Irgendwo bin ich grad Äh, geablevelt Hier nur vielleicht Guides Help Das heißt nicht. Auf jeden Fall bin ich gerade irgendwie geublevelt. Alles klar. Okay. Oh, lol. Lol, was? Power 4, Punch 2, Unbreaking 3. Okay, der Bogen ist gut. Der Bogen ist sehr gut. Ich weiß nicht, ob das sehr selten ist. Ich wollte jetzt noch ansprechen. Oh, weil die Woche ist ja, wie sagt man, Semesterferien, denke ich. Also für alle, die in die Schule gehen, so wie. Oh, mein. Nämlich, ähm. Was ist das hier? Ross Ellman. Nämlich gehe ich hier stiefen, ja. Ja, genau, wenn dieses Video hier rauskommt, bin ich gerade Skifahren, ja. Also, Skifahren. Können wir in den Kommentaren schreiben, ob ihr Skifahren, äh, ob ihr Skifährt oder ob ihr eher, ähm, Snowboardet. Das könnte man schreiben. Ähm, weil ich fahre in, ich glaube, Kärnten, denke ich, ist das. Also wer sich in Österreich rauskennt. Oh, lol, hier ist ein, hier ist ein Dings gewesen. Luck. Ja, gib mir Luck, gib mir Luck. Ja, ja, so. Ja, ja, ja. Okay, so. Äh, einen Fang nehmen wir noch, aber Power 4. Okay, einen Fisch. Ich glaube, ich habe gerade extrem Glück gehabt, aber ich habe Luck of the Sea 3 einfach. Okay, ich habe immer eigentlich nicht gewusst, was das bringt, aber anscheinend bringt sich da schon was. Äh, so. Äh, ba-ba-ba-bam. Jetzt wollte ich nämlich auch noch meinen gehen für die eine Quest. Weil ich hatte eine Quest, wo ich vier Diamond Ore oder so abbauen muss. Wo ist denn das Dings? Hier, Bogen, die Bogen, Bogen. Bogen, die Bogen, Dogen. Äh, so. Ähm, und genau, jetzt kann ich noch die eine Quest erledigen. Ich glaube, ich kaufe mir noch Chunks währenddessen. Wo waren das gerade? Fangend sehr selten. Weil ein Schmied. Ah, stimmt, das habe ich noch nicht geklaamt. Der Schmied. Und, ähm, dicker Fisch. Fangend sehr selten ein Gegenstand. Hab ich. Detekt und Claim. Jo, Mai. Äh, was ist das hier? Fischmeister. Reiche Level 10 in Howling. Howling heißt er. Ja, Jo, Mai. Das ist, Jo, Mai. Okay, Howling. Äh, wo ist Howling? Howling ist Level 3. Also, das ist Fischen, okay? Ich kann mal vielleicht im nächsten, in irgendeinem Livestream mal Fischen gehen oder so. Alles klar. Und, äh, genau. Wie gesagt, ein Unboxing kommt noch in der Folge. Also, bitte bis zum einen dranbleiben. Dann seht ihr hier das Unboxing. Ich kann mal in den Livestream, wie gesagt, hier, ähm, Fischen gehen. Und, genau. Ich wollte mir noch hier Dings abholen. Äh, ein paar Schnitzel. Schnitzel, die Mitzel, Ditzel hatte ich noch unten hier mit einer Schnitzelmaschine. Oh, nein, 3. Ja, wo ist denn das hier? Ist das Schnitzelbereich? Ne, warte mal. 3. Warte mal, 3 ist oben. Äh, okay. Irgendwas ist hier falsch. 6. Wie 6 ist das? Äh, 7. 7 ist ganz oben. 8. 4. Oh, la, ich kriege Damage. 4. Äh, 2. Hier ist das, okay. Alles klar. Ich glaube, der Aufzug backt hier ein bisschen. Hier ist der Zeussraum. Ja, ich muss es unbedingt mal ändern oder so. Das ist ja alles parkt auch ein bisschen. Jo, mei. Äh, und die Fähnebruch. Okay, hier irgendwo war noch Schnitzel drinnen, oder? Ne, war Steak drin. Ich kann mal hier Steaks reinhauen. Und wenn das noch funktioniert. Äh, oh nein, Leute. So, geht das? Ich glaube, wenn das noch funktioniert, ist noch ein Schnitzel drinnen. Warte mal. Äh, so. So, muss ich hier noch resetten, meine Schnitzelmaschine. Warte, so, du musst weggehen, so. Meine Schnitzelmaschine, so, jetzt crafte ich das zusammen. Leute, ich bin ein Profi, komm mal her. So. Äh, ne, ich erkläre jetzt mal, ich glaube, du hast noch nie die Schnitzelmaschine gesehen. Ich erkläre jetzt mal, so, du musst hier ein Steak hier reinlegen. Eigentlich. Ein Steak reinlegen. Äh, ich glaube, das braucht ein bisschen Starthilfe. Warte mal, ich glaube, das brauche ich ein bisschen Starthilfe. Oder gehört das eins nach vorne? Äh, ich leg's einfach manuell rein, so. Und dann muss ich es irgendwie anschieben. Wenn das funktionieren würde. Jetzt. Äh, und das sollte jetzt eigentlich runter. Leute, meine Schnitzelmaschine ist echt nicht mehr die beste, Leute. Wisst ihr was, Leute? Ach, okay, die Schnitzel ist schon geschmolzen. Oh nein. Äh, ja, wisst ihr was? Ich muss die Schnitzelmaschine irgendwann reparieren. Goldig, komm jetzt einfach mit. Jo, mei, und wie kommen wir hier wieder raus? Alles Gute, wieder Profis. Ja, ich nehme mal. Ja, die Folge ist erstmal überhaupt mal. Nehme ich mir einfach mal kein Schnitzel mit. Aber, natürlich ist egal. Also, das ist Schnitzel, nur halt nicht umgebarmelnden Schnitzel. So, komm mal mit Goldig. Oh nein, ich hab's runtergeworfen. Komm mal mit Goldig. Hast du's? Hast du Steak aufgesammelt? Goldig? Wenn nicht, ist auch egal. Ich komme eigentlich hier. Alter, der Lift ist ein bisschen kaputt hier. Wie gesagt, ich will jetzt noch schnell um einen gehen. Jo, mei, in die Mine. Äh, so. Äh, weil, äh, hab ich, ich hab nur so eine Quest gehabt. Äh, wo geht's hier hoch? Äh, kann ich hier irgendwo hoch? Ähm, ich denke hier unten. Da kann ich eigentlich, glaub ich, weil hier unten ist noch kein Fenster, denke ich. Wenn ich mich nicht irre. Ja, genau, hier ist noch kein Fenster. Goalie, du kannst irgendwie, oder kannst du mitkommen? Treffen wir uns in der Mine, Goalie? Äh, ja, treffen wir uns in der Mine, okay. Äh, nämlich wollte ich jetzt noch in die Mine gehen, weil es gibt eine Quest. Äh, da muss ich mir vier Iron, ne, nicht Iron, aber Diamant-Erz hier abbauen. Und ich brauch generell auch noch ein bisschen Rosite und so. Weil, äh, Rosite ist relativ gut. Und ich brauch irgendwie Bloodstone. Weil wenn ich schwer jetzt hier ist Bloodstone, ich weiß nicht, wo man Bloodstone hier richtig herbekommt. Aber, kann ich auch mal schauen. Alrighty, die Mighty Lady. Äh, Bloody die Bloodstone. Bloody die Bloodstone. Äh, genau. Wir haben nicht, ich darf vorne, warte mal, wenn ich hier rübergehe, ist wieder Team Ziegelstein, wenn der Tops geclamed hat. Ähm, ist Limonid, Eisen. Irgendwo da vorne war eigentlich Diamanterz. Das ist eigentlich eh gar nicht so unhäufig. Oder sagt man häufig, unhäufig? Oh, hier ist Goalie schon wieder. Hi, Goalie. Ähm. Wo ist denn das? Hier ist ein Frosch. Einfach hier schnell, äh, Dings suchen und dann gehen wir wieder hoch. Ähm, Diamanten, die, äh, oh, die Diamanten-LP. Leute, hier ist Yadi, hier ist Yadi, Yadi. Oh, Yadi, Yadi, Yadi. Äh, das Yomai, oh. Ich glaub ich auch ein Insider, ein sehr alter Scho. Also, wer, 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 wer noch, wer schon so alt, äh, ist so alt, wer schon so lang dabei ist. Da gibt's ja schon viel Lack. Weil ich bringe eigentlich Lack, ihr könnt mal in den Kommentaren schreiben, bringt eigentlich Lack hier irgendwie mehr als Dings. Als nur, ähm, fürs Farmen. Oh, und hier ist Filiade, warte mal. Äh, wie viel Jade ist das bitte? Warte mal, ich hab gar nicht gewusst, dass du... Oh, oh. Nicht ein Lava fallen. Pass auf, Goalie. Goalie? Äh, go... Warte mal. Goalie, hallo? Bist du noch da? Goalie? Oh nein, Goalie. Goalie, Goalie, Goalie. Äh, einfach mal oben schwimmen. Falls doch da... Hi, Goalie. Äh, komm, schnell hoch. Aber ich glaub, du bist eh eins mit dem Feuer. Also, ist hier glaub ich nichts passiert, oder? Ist was passiert? Nee, oder? Nee. Ja. Oh, ja, okay. Leute, da haben wir grad festgehalten. Oh nein, Leute. Nein, 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 nein. Ich bin nicht eins mit dem Feuer. Das ist gar nicht gut. Oh nein. Oh. Okay. Ja, Lack, Lack, Lack. Okay, sah. Ich bin zwar nicht eins mit dem Feuer, aber, äh, du zwar. Was ist das für ein äußerst Jade? Doch, das war es. Jade. Ich glaub, Jade ist eh relativ gut. Also, von daher... Weiß ich, wie viel Damage oder wie viel, äh, Rüstungsbalken gibt er? Oder... Wither Leggings. Emberstone. Woher kriegt man Emberstone? Keine Ahnung. Äh, was können wir noch mit Jade machen? Mit Jade, die Maridadi? Utopian Helmet. Lol. Acht, neun... Wieso bringt er? Drei? Crystalite. Ich hab keine Ahnung, was Crystalite. Alles klar. Aber wir brauchen Diamonds. Äh, Dings. Goldi, such mal Diamonds. Äh, auch Diamanten. LP. Such mal den Diamanten LP. So. Diamanten, Diamanten, Diamanten. LP. So. Hier ist nämlich relativ dunkel auch. Und noch unerkundet. Vielleicht sind hier irgendwo Diamanten. Schau mal, Goldi, ob du irgendwo Diamanten findest. Wer eventuell... Für vier Diamanten, jetzt muss ich hier abbauen. So. Äh, weil ich mach mal kurz einen Cut. Ne, warte mal. Ne, warte mal. Ich wollte eigentlich gerade einen Cut machen, untersuchen. Aber hier sind schon Diamanten. Okay. Leute. Was ist Mäh? Äh, ich mach hier schnell. Mäh, Mäh? Ich hab auch Diamanten. Aber ich glaub, für mich ist die nicht genug. Oder sind die genug? Wo bist du, Mäh? Mäh, Mäh, Mäh? Ich bin grad upleveled. Äh. Wo bist du denn, Mäh? Mäh, Mäh? 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 Ja, wo bist du denn, Mäh? Warte mal. Bist du wieder zu... Warte mal. Ich komm mal wieder zurück. Wo sind Diamanten? Diamanten, Diamanten, Diamanten. Oh nein. Irgendwann ein Monster. Ganz, gar nicht gut. Oh nein. Und ich bin da. Oh, oh. Schnell, schnell, schnell. Okay, hier ist der, äh, Witch. Wo bist du denn, Mäh? Ich find ich gar nicht mehr raus. Ist das irgendwie Bedrock? Hier sind Dings. Warte, ich glaube, ich muss irgendwo zurück. Komm ich irgendwo zurück? Hier? Vielleicht eventuell. Sorry, dass ich grad keine Fackeln wirklich habe. Hä, wo denn, Leute? Äh, Goalie, wo bist du? Goalie? Wann war ich hier? Mäh, wo bist du? Hier sind Diamanten. Lol, okay. Ah, hier bist du, okay. Alles klar, nice, danke. So, vier. Nice, wir haben die Meiner Quest completed. Nein, Leute, Mädel, Leute. So, nice, okay. Äh, das heißt, wir haben die Quest completed. Will ich jetzt auch eigentlich sagen, gehen wir nach oben. So, die Quest auch mal completed. So. Äh, wo war denn das? Äh, Meiner, Leute. Wie viel haben wir da gerade gekriegt? Warte mal. Anfänger. Errechnet Level 10 for Raging. Warte mal, for Raging. For Raging, for Raging, for Raging. Bin ich Level 5, okay. Ähm, super, Meiner. Der Ball 50, der Mann hat jetzt ab. Was? Okay. Okay, Profi, Meiner. Bauf 20 Jahre. Lol. Lol, okay. Also, finde eine Kristallhöhle. Habe ich schon, ganz am Anfang. Also, von daher richtig cool. Jomai. Ähm, Atlantis. Finde eine Untergrote Ozean. Alles klar. Loot mal. Splinter einen großen Dungeon. Habe ich auch noch nicht. Alles klar. Will ich jetzt auch sagen, ich gehe mal erst einmal hoch, hier mit der ganzen Beute. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt hier wieder raus von Romine, Jomai. Äh, weil, ich bin hier, man verirrt sich hier komplett an Romine, gell? Ich habe eigentlich gar nicht mal gewusst, wie man hier rausfindet. Aber ich habe es nach 15 Minuten wieder geschaut, da ich hier rausfinde. Jomai. Jetzt wollte ich eigentlich noch die ganzen Chunks... Oh. Hallo? Äh, wer ist das? Äh. Warum ist es die... Warum ist es nicht die eine von der anderen Dimension? Nein. Schnell, schnell, schnell. Was? Hä, warum ist die da? Lange habe ich diesen Moment gewartet? Äh. Oh nein, so ist er auch da. Oh nein. Lange habe ich auf diesen Moment gewartet. Dass wir vieles verschwiegen. Alles klar. Nicht, dass man mich hier sieht. Du wolltest es so. Äh. Alles klar, was wolltest du? Ich wollte es so, äh, dass es, äh, dass, 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 dass er mit der Gestalt eines Tieres von uns verschwunden ist. Alles klar. Ja. Er mit der Gestalt des Tieres verschwunden ist. Warum ist er, ist er, ist er, Sargäuske meint vielleicht? Ich glaube, das Kind von denen. Äh, äh, erkläre mir dann, warum es, äh, warum er zu mir sagte, dass du ihn rausgeschmissen hast. Rausgeschmissen? Äh, Leute. Ich habe nie irgendwen rausgeschmissen. Alles klar. Irgendwenn, nie, irgendwen. Dann zeigen wir, was du kannst, du Lügner. Äh. Oh nein. Oh nein, Leute. Oh nein, die Kämpfe. Oh nein. Oh nein. Ich kämpfe jetzt. Oh, 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 oh. Ich glaube, es ist kein mehr. Oder? Ja, gewinnt. Wann ist die Runde? Und ein, noll. Leute? Ich sehe, oh nein. Okay, ich nehme Abstand. Ich nehme, ich nehme Abstand. Leute? Oh mein Gott, was schießt die Brüder, Dings? Aber wie mächtig ist die? Und so ist er, die ich so Dings? Alles klar? So ist er, die ich so ein Strahl? Oh mein Gott. Okay. Nicht sehen, was zu stören. Ich glaube, nicht sehen, was zu zerstört. Oh nein. Äh. Warte. Und jetzt gibt's die. Hast du mit geschrieben? Äh, das zeigt, was du kannst. Oh. Leute, ich nehme lieber Abstand. Ich habe echt Angst. Gefühlt geht die ganze Welt unter. Oh nein. Äh. Und jetzt, ich. Sonst backen? Okay. Warte mal. Ist sie weg? Ist sie weg? Okay. Äh, wo ist die denn hin jetzt? Warte. Ich glaube, sie ist verschwunden. Ist sie tot? Das heißt, glaube ich, auch jetzt gerade weg. Nee, hier ist sie. Wow, okay. Und da ist sie weg, okay. Alles klar, Leute. Ähm. Alles klar, okay. Leute, äh. Was war das? Alles klar, Leute. Äh, ich esse erst mal einen Goldöffel. Schreibt mal in die Kommentare, was das auf sich hat. Lieber geschrieben. Erkläre mir dann, warum er zu mir sagte und geschrieben. Ich wollte es, dass er mit der Gestalt eines der... Äh, ich wollte es so, dass er mit der Gestalt eines Tieres von uns verschwunden ist. Ja. Ja, was hat das für... Äh, was hat das auf sich? Ja, schreibt das unbedingt mal in die Kommentare. Eure Mythen oder eure... Eure Idee. Ich habe keine Ahnung. So ist es jetzt auch wieder weg oder so. Ja, dann lasst unbedingt mal ein Like und ein Abo da. Und äh, aktiviert die Glocke, wenn ich's sagen. Äh, hier ist der Goldie. Lasst einen Like, ein Abo da. Und äh, tschau. Ausgleichs. 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 Bis zum nächsten Mal.